Willkommen. Jetzt haben wir die Richtigen bekommen. Oh, Rang 7? Das schon mal gut? Rang 67? Wie kann der... Hallo, hast du Locker genommen? Nein, nein, er kann Rang 7 sein, weil er mitgezogen wird. Nein, das ist Rang. Wieso konnten wir denn auf Barmuseum klicken? Das geht nur bei Rang, mein Schatz. Aber mit Rang 7 kannst du Ranget spielen? Ja, nee, der Gegner-Team. Sehr schön. Ja, wenn du bei jemandem in der Gruppe bist, kann er dich einfach mitziehen. Ja, das funktioniert bei Overwatch, das weiß ich mir nicht. Aber den Franzosen ist das egal. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Bio-Gefahrgut beendet, warte schön. Kugelsichere, 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 Kugelsichere. Boah, was mit dem Rang da? Rang an den Puff hier. Stachel Dräder. Ich wollte auch noch nur noch probieren. Mach ein Dreiduch. Und auch umloch. Dde-de-de-de-de-de-de. Dde-de-de-de-de. Fapp, macht sie bitte die Wände zu. Die Dinger total vergessen. 5 sekunden noch die gegner haben den bio gefahrgut behälter lokalisiert ach so scheiße ich wollte nach oben ja ich wollte auch noch mal probieren bescheid wenn du uns nicht klarkommst ich bin jetzt einfach mal mit nach oben aber ich bin ich alleine da ist schon wieder einer dauert immer nicht alleine da zu einer ich dachte weil du heute laufen bist kann man das ausmachen hier da kommt er hier er liegt den hab ich auch gehört das war das fuchs matte bei mir oder ruhig lade neues magazin das war eine andere matte nein da ist noch einer helft mir scheiße aber der draußen liegt der draußen liegt draußen direkt da draußen guck aus dem fenster der lichter aus dem fenster ja das war der der lichter stand aus dem fenster rausguckst ist einer egal es sind noch zwei die lasse ich kommen der an sich draußen hast du nicht wo man ein gegner verbleiben ich habe nie nein habe ich nicht von wo kommt er denn also auf jeden fall war da am fenster und ja treppenfenster jeweils zu treppen nach unten als ich kann mir nicht kamin allerdings bahn 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 dings der bumser ich habe den weg geknallt hier rekrut die das ist eine pumpe digger ja man weiß wie geil dies übel heftig die pumpe hier wo wieder töten sie die natürlich weg gefällt welcher so vom fenster hier da ist auch hier am fenster im fenster also fünf sekunden noch vom fein kontrollierte betreten hast du gesehen die pumpe die ist übel guck dir das an guck mal wie weit entfernt das ich habe ihn auch ein paar mal getroffen aber die pumpe ist richtig pümpelig richtig pümpelig ich wollte doch nur mal probieren ich wollte doch nur mal probieren ich wollte doch nur mal probieren und dann sagt unsere große sagt dann mit dem scheiß ne ja kennst du es auch sagt geh weg damit oh man jürgen wie ein rekrut hat mich gerade jäger hat ein fenster aufgemacht scheiße ich war hier schon wieder eigentlich macht man das nie wieder nie wieder nie wieder nie wieder ich weiß ja ob das jetzt hier in unserer richtung ist die hände alle ja da ist das fenster auch noch rechte rechte seite ich bin in der äh ich wollte doch doch oder weg ich mach mich nach oben leute ich mach an deiner stelle klar jungen ich mach clap clap von oben und danach gehst du drüben ins fenster und fizzle bubis immer rein oh zack er hat sie vier rausgeschmissen guten morgen guten morgen schick mal da ist jemand unten da ist jemand unten warte vielleicht treten wir ihn wo genau wo genau in diesen einen er liegt da hinterm friesen er liegt hinterm friesen ich hab ihn verletzt ich hab ihn sehr gut hast du gut gebracht ich hör was hier oben ich klemmer hier die treppe es ist geklemmer es ist geklemmer also eine treppe ist geklemmer hier ist auf normaler hier fuzz hier rein hier ist einer oben hab ich komm rein komm her komm her steh auf steh auf schnell mach hier fuzz da wo ich gepinkt hab da hier ja gib gas komm her komm her komm her komm her fuzz hier ja ich hab jemand erwischt ja in der bahn ach schönes ding jup alja mit sagen roman war mal wieder probieren mit einweisungen komm ha ha haain k hat jogger oh was ist hier los richtig probieren mit einem haut denn wie geht das nicht mehr so gut irgendwie zieht man lang durch das noch da ist noch das ist ein Loch in der Lunge ich muss jetzt kommen Penis in der Lunge Penis in der Lunge Penis Penis in der Lunge ich wollte den Haufen verbarrikadieren den Bio-Gefahrgutbehälter schützen die Scheiße hoch ich wollte so, Nose ist None H oh, mach mal eine hierhin eine, ey eine ganze Wand ist hier frei, Leute zwei Wände brauchen wir Papa kommt ich hab eine die Gegner haben den Bio-Gefahrgutbehälter nicht gefunden sie versuchen ihn während des Angriffs aufzuspüren war das mit den links da passt da jemand auf oder ich mach da jeder hin ich wollte auch nur noch mal probieren wo ist meine Macht wo ist meine Macht kann man hier nicht rauf komm hier rein die Gegner haben den Bio-Gefahrgutbehälter entdeckt geh weg da, geh weg da, geh weg da sorry booy booyaka booyaka 619 booyaka booyaka weymus stereo wo fällt wir schweißen hier auf gleich oh, Drohne booyaka oh, hab ich da was gehört, Chip Digga mit der Pumpe bin ich vernichtet ich bin ein richtiger kleiner Ratte ich renne die die ganzen rum er wollte grad fusen in den äh kühler hab ich den geholt ja verdammt der ist draußen am Fenster der Hermit blöde von mir bleibt in Deckung Leute, die müssen reinkommen direkt da rein der Hermit und Techaner im live la la live bei der draußen er ist reingekommen, glaube ich er hat mich fast getroffen nur noch ein der mich, glaube ich durch letzte Statschel jetzt noch da auch da draußen komm, zeig dich ok die Pumpe merke ich mir Leute die Pumpe merke ich mir die ist motherfucking heftig 15 Sekunden noch komm joo guten Abend den hab ich auch vorher schon ordentlich angehittet warum hast du da keine Tarnung drauf du spielst so oft mit der und du hast da keine Tarnung auf der Waffe was hab ich doch da war nicht drauf wie war die grad stink nochmal grau ne bei mir war die weiß mit diesem komischen Totenkopf Tarnung hast du da grad was gesehen Kalle? Lügenpresse 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 hast du richtig mit Zephyr umgeschlappert gestern ehrlich als er noch kurz reingekommen ist hat er auch ganz groß kotzt sich jetzt hier ich hab richtig mit Kupa Alter wann war denn Zephyr noch da? gestern wo du gesagt hast ja ok Zephyr kommt eh gleich wo ich gesagt hab ja ich geh jetzt schlafen na Zephyr kommt eh gleich ich hab mir gesagt ey wie Zephyr kommt gleich ich hab ihn gar nicht gesehen ja da hatte ich abgeschlappert wo du geschlafen hast das sind gut da das ist ja wurde statisiert ich wollte auch nur zwei Stationen fahren Penn 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 in der Bahn richtige MC-Fitty ey da oben wird fleißig gelockt und geguckt rekrut geht runter da kommt wieder hoch ach so ich habe back da bin ich vergessen einzuschuss ich habe schon wieder nur claim und ich brauche in dieser mit bräuchte keine claymore man muss eigentlich die austauschung jedes mal neu anpassen ich komme egal wenn man das für jede map zu speichern könnte ich habe glaube ich etwas gut da hat man irgendjemand wenn sie um also du bist warte ich wollte da rein füßen da brauchst du nicht rein zu füßen schatz da ist nichts ich habe meine kamera da drin da ist nix schatz ich sehe das hier alles frei also hier da wo du rein füßen wolltest ist nix da ist ein Loch pass auf wenn er die x4 hochschmeißt irgendwer ist er ich weiß hier steht einer da steht einer er bewegt sich nicht leute jetzt bewegt er sich ja das ist rekrut das rekrut das ist der level 7 er geht zwar links rüber er verlassen er ist jetzt im gang im gang hier links diesem kleinen raum müsste glaube ich oder sicherung des behälters beenden opposition ist gefährdet kuba die kommen warte ich pass auf dich auf ich sag dir wann die kommen guck gerade pass auf die können durch die baller durch die rücken wegknallen kommt einer da kommt einer ich hör was cavera oben treppe 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 ja sie guckt gerade sie guckt hoch warte 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 nicht nicht bewegen nicht bewegen kuba nicht bewegen ich sag dir bescheid die sitzt da drauf die sitzt auf der treppe guckt hier rein ja ich sehe immer noch die kopf so eine fotze jawohl jemand ist in den klima gelaufen cavera jetzt kommt langsam kommt sie hoch hoch